Die Währungsunion wird uns um die Ohren fliegen, wenn sie Zockerbanken und Hedgefonds weiter spekulieren lassen, wenn sie weiter zulassen, dass ganze Staaten so in die Pleite rein spekuliert werden und wenn sie die aberwitzigen Finanzinstrumente, die das alles ermöglichen, wenn sie die nicht endlich verbieten. Griechenland ist doch kein Einzelfall. Es gibt fast kein Land, das nicht in kürzester Zeit bankrott wäre, wenn es plötzlich 14 Prozent Zinsen auf seine Schulden zahlen müsste. Überlegen wir doch mal, was hier wirklich passiert ist. Nahezu alle Industrieländer haben seit 2007 ihre Schulden beispiellos erhöht, aber nicht, weil sie plötzlich alle angefangen haben, Sozialgeschenke an ihr Volk zu verteilen, sondern weil diese Länder ihre Banken und Finanzinstitute gerettet haben, weil sie deren Giftpapiere, deren Verluste auf die eigene Kappe genommen haben. Das ist doch das, was stattgefunden hat. In Deutschland ist der Schuldenberg alleine infolge der Bankenrettung nach Angaben der Bundesbank um 98 Milliarden Euro angestiegen. 98 Milliarden Euro Schulden, die wir alle an der Backe haben. Und gleichzeitig macht die Deutsche Bank, einer der indirekten Hauptprofiteure dieses Rettungspakets, schon wieder 30 Prozent Eigenkapitalrendite, erhöht die Dividende um 50 Prozent und zahlt Herrn Ackermann einen Bonus von 10 Millionen Euro. Und zu diesem Glanzergebnis, was die Deutsche Bank da gemacht hat, das sei nur nebenbei erwähnt, hat gerade das Geschäft mit und die Spekulation gegen Staatsanleihen entscheidend beigetragen. Ja, das ist doch so, als wenn ein Einbrecher mir mein Haus leer räumt. Und ich gehe anschließend zu diesem Einbrecher hin und sage, bitte gib mir doch einen Kredit, damit ich mich neu einrichten kann. Und dann sehe ich auch noch zu, wie dieser Einbrecher die Zinsen auf den Kredit immer weiter nach oben treibt, im Extremfall so weit, bis ich nicht mehr zahlungsfähig bin. Und dann schickt er mir einen Gerichtsvollzieher ins Haus, der das Haus zum zweiten Mal leer räumt und auch noch alles mitgehen lässt, was der Einbrecher beim ersten Mal noch nicht mitgefasst hat. Das ist das, was die Gegenden über den Banken machen. Und das ist ein Skandal, das sage ich Ihnen, und das ist einfach nicht hinnehmbar. Und während Sie die Ackermänner dieser Welt, während Sie die Ackermänner dieser Welt den Senften tragen, diktieren Sie der griechischen Bevölkerung ein Sparpaket, was unerträgliche Folgen haben wird, was Griechenland in eine tiefe Depression stürzen wird. Und spätestens dann wird die griechische Zahlungsunfähigkeit tatsächlich nicht mehr aufschiebbar sein. Wenn wir nicht endlich den Zockerbanken, den Spekulanten das Handwerk legen, ich sage Ihnen, dann werden wir uns sowieso in wenigen Wochen hier wiedersehen. Und dann wird uns Frau Merkel mit treuem Augenaufschlag begründen, warum wir jetzt auch Portugal oder Irland unterstützen müssen. Und dann vielleicht Spanien oder Italien. Hören Sie doch auf, die Leute zu belügen. Hören Sie auf, die Leute zu belügen. Sie bauen Sandbogen, um eine Tsunamiwelle aufzuhalten. Und Sie wollen uns weismachen, Sie wüssten nicht, dass das nichts bringt. Also solche wirtschaftspolitischen Tieflinger können Sie nicht sein, dass Sie das nicht wissen. Geben Sie doch lieber zu. Geben Sie doch lieber einfach zu, dass Sie schlicht und ergreifend zu feige sind, die Finanzhaie an die Kandare zu nehmen. Dass Sie schlicht und ergreifend zu feige sind, tatsächlich die Spekulation zu verbieten und es sich tatsächlich mit den Wirtschaftsmächtigen anzulegen. Das ist doch das Problem, dass Sie sich das nicht trauen, weil Sie von denen zig Milliarden an Spenden in den letzten Jahren eingesackt haben. Und deswegen machen Sie fortgesetzt eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Eine Politik gegen die Mehrheit der Menschen, wie vor Ihnen schon die Große Koalition, wie vorher Rot-Grün. Es ist immer das gleiche Problem. Sie legen sich nicht mit denen an, die wirklich zocken, mit denen, die Wirtschaftsmacht haben, mit denen, die hinter den Banken stehen. Das wollen Sie nicht. Und gegen diese Politik wird die Linke weiterhin konsequent Nein sagen. Und deswegen werden wir diese Art von Rettungspaket auch ablehnen. Vielen Dank. Sie haben kein Geld. Es ist eine verdammte Lüge. Und Sie haben ja jetzt schon wieder Geld. Sie haben jetzt schon wieder Geld, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Sie haben 22 Milliarden, wir haben es gerade heute im Bundestag abgestimmt, zur Verfügung gestellt für Griechenland. Und man muss natürlich deutlicher sagen, nicht für die griechische Bevölkerung. Der griechischen Bevölkerung wird ein brutales Sparpaket diktiert, dass dieses Land in die Depression und die Menschen in schlimmste Armut stürzen wird. Dieses Geld, was Sie da jetzt schon wieder haben, diese 22 Milliarden, ist wieder ein Geld, ein Faktgeld, was faktisch in ein Bankenrettungsprogramm fließt. Das ist wieder Geld, was die rauskaufen soll, die sich dort verspekuliert haben. Das heißt, es ist wieder Steuergeld, was am Ende in den Rachen von Großbanken wie der Deutschen Bank und anderen fließt. Und wenn man sich das überhaupt vergegenwärtigt, was mit diesen Banken da abläuft, ich muss sagen, da stellen sich mir die Nackenhaare quer. Weil es ist einfach unglaublich. Unglaublich. Wir haben ja weltweit, die Staaten haben sich immer mehr verschuldet in den letzten Jahren. Wir haben beispiellos seit 2007 ihre Verschuldung nach oben getrieben. Aber nicht, weil irgendein Land die sozialen Leistungen ausgebaut hat, sondern weil all diese Länder eben die Verluste und Spekulationsprobleme der Banken auf ihre Kappe genommen haben. So, und jetzt sind die Staaten selber in Problemen, weil die Banken auf ihre Pleite spekulieren. Wenn man jetzt nach Griechenland guckt, es hat ein fürchterliches Ereignis gegeben mit drei Toten in einer Bank. Und man hat dieses Ereignis natürlich auch genutzt, um die generelle Gegenwehr zu diskreditieren. Aber die generelle Gegenwehr, der Generalstreik in Griechenland, der war dringend notwendig. Und der war ja friedlich von der übergroßen Mehrheit der Menschen. Und ich finde solche Formen, friedliche Formen der Gegenwehr, aber eben auch in Form von politischen Streiks, das ist etwas, was wir auch in Deutschland brauchen. Das ist in anderen europäischen Ländern längst Normalität, dass man sich auf diese Art wehrt, dass man sich auf diese Art wehrt gegen eine Politik, die sich gegen die große Mehrheit der Menschen richtet. Und gegen eine Politik, die tatsächlich eben ignoriert, wie die Lebensverhältnisse der Menschen sind. Und deswegen meine ich, wir brauchen beides. Wir brauchen eine starke Linke in den Parlamenten. Aber wir brauchen gleichzeitig mehr Gegenwehr, mehr politische Streiks, mehr Demonstrationen außerhalb der Parlamenten. Und wenn das beide zusammenkommt, dann denke ich, haben wir wirklich die Chance, die gesellschaftlichen Verhältnisse in diesem Deutschland zu verändern. Und sie müssen verändern, weil so wie es jetzt ist, so darf es einfach nicht bleiben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. 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 Ich danke Ihnen.